Hallo liebe Freunde, mein De Diego hier, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Diesmal mit einem, ja relativ kurz Video über Ungarn. Bevor wir aber anfangen, bitte ich euch darum, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke hier unten zu aktivieren, so verpasst ihr kein einziges Video mehr. Für euch sind es zwei Klicks, die euch nichts kosten und für mich ist es eine große Unterstützung. Ja, Ungarn. Ungarn und Rüstung. Fangen wir woanders an, nämlich in der Ukraine. Wir haben alle die Bilder von deutschen Panzern, die irgendwie in ihr Minenfeld geraten sind. Und klar, fataler Fehler der ukrainischen Streitkräfte an der Stelle. Diese Fahrzeuge, es war ja nicht nur Leopard 2, sondern auch diese Schützenpanzer aus den USA, diese Bradleys, die wurden dann zur Beute, zur leichten Beute für russische Kampfhubschrauber. Auf der anderen Seite konnten die Ukrainer nicht antworten, weil sie nur für die Luftverteidigung den Gepard hatten und die Reichweite des Gepards ist eben nicht so weit, dass er so einen Kampfhubschrauber mit Lenkraketen und so weiter bekämpfen kann. Gut, dahingestellt, das ist sozusagen in Kurzfassung die Analyse dessen, was da passiert ist. Aber wir haben auch gesehen, dass es Reaktionen gab. Gut, der Mainstream hat angefangen irgendwie zu fabulieren, obwohl, naja, gut, es gibt selbsternannte Experten, die gar keine Ahnung haben. Also von solchen Dingen in ARD und ZDF und in weiteren Mainstream-Medien. Die alternativen Medien, die meisten davon in Deutschland sind, pro-russische Medien, haben sich lustig gemacht über die Fehler, die Konstruktionsfehler, die vermeintlichen Konstruktionsfehler des Leo 2. Und ich glaube, in einer Homeoffice-Sendung oder es war eine Taglessendung auf alle Fälle, nur wieso, ist es, ah ja, okay, vielleicht bei der nächsten Waffenmesse werden viele keine Leo 2-Panzer mehr kaufen, sondern eher T-90 oder T-14 Armata aus Russland. Nur, dass der T-14 Armata nicht für den Export gedacht ist, sondern nur für die russischen Streitkräfte. So was Ähnliches machen auch die Amerikaner, aber mit einem Kampfflugzeug, mit der F-22, die nicht eben für den Export gedacht ist. Auch nicht mal Großbritannien oder Israel kriegen dieses Kampfflugzeug. Und gleiches tun die Russen mit dem neuen Panzer Armata T-14. Was das Thema T-90 betrifft, naja, wir haben gesehen, wie effektiv die T-90 und auch die vorherigen Modelle, also, sag mal so, von T-72 bis T-90, wie effektiv sie waren in den ersten Wochen des Krieges, als sie praktisch von Javelin-Lenkwaffen reguläriert ausgeschlachtet wurden. Und die Gefächstürme, ja, die sind mehr oder weniger geflohen, weil die tatsächlichen Konstruktionsfehler haben, das heißt, eine Ladeautomatik und zwei Schuss im Turm, im Gefächsturm. Und der Gefächsturm ist auch bemahnt. Naja, wird der Turm von so einer Lenkrakete, von so einer Fire-and-Forget-Waffe getroffen, dann wird der Turm eben gesprengt. Aber dahingestellt, es war jetzt ein wenig irritierend, dass ausgerechnet deutsche patriotische Kanäle, ja, dass sie sich lustig gemacht haben über ein deutsches Verzeugnis. Normalerweise heißt es deutsche Wertarbeit. Aber es gibt eben ein Land, beziehungsweise, ja, einen Staat, würde man einfach sagen, das Ganze vom Staat, ja, solche Sachen kommen vom Staat. Ja, es gibt einen Staat, der sehr wohl, heiß und stolz auf deutsche Rüstungsgüter. Und das ist Ungarn, ja, Ungarn vom vermeintlichen Putinisten Viktor Orban, der offenbar nicht so viel Lust hat, russische Waffen, natürlich schwere Waffen, zu erwerben und bevorzugt eben die Deutschen, sowohl die Panzerhaubitze 2000 etc., aber es geht natürlich auch um den Leo II und um einiges mehr. Die kleinen Waffen produziert die ungarische Rüstungsindustrie meistens auf Lizenz von ZZ, also von Czeskas Brojovka, Oerskiewrot aus Tschechien. Aber gut, es geht nicht um Kleinwaffen, es geht nicht um die persönliche Ausrüstung sozusagen des einzelnen Infanteristen, sondern eben um die RTRI und um Panzerdivisionen etc. pp. Also, um das geht's. Ich würde einfach sagen, ich zeige euch was und selbstverständlich, ja, zeige ich euch sozusagen primäre Quellen. Hm, perfekt. Ich würde einfach sagen, fangen wir an. Ungarn mag deutsche Panzer. Wir sehen hier einen Artikel aus dem Jahr 2020, 4 Leopard 2 A4 HU in Ungarn eingetroffen. Es ist so, dass schon im Jahr 2018 die ungarische Regierung von Viktor Orban beschlossen hatte, die verhalteten russischen, also sowjetische Militärfahrzeuge auszumustern und diese durch neue zu ersetzen. Und, naja, Kraus-Maffei Wegmann bekam den Zuschlag. Also, Ungarn entschied sich eben für den Leo II. Insgesamt wurden 50 Fahrzeuge bestellt und die ersten vier trafen eben am 28. Juli, also so nach diesem Artikel 2020 ein. Einige davon sind ein etwas älteres Modell, das erworben wurde zu Ausbildungszwecken und die restlichen Panzer, also insgesamt sind es 50, sind eines neuen Modells. Ich möchte betonen, dass alle Rüstungsexporte von Deutschland aus die Genehmigung des Bundeskanzlers brauchen. Also, es bedarf der Genehmigung durch den Bundeskanzler, nicht durch den Verteidigungsminister oder durch irgendjemanden, egal. Das heißt, vorher Merkel und nun Scholz haben das genehmigt, beziehungsweise danach eben nach dem Erwerb nicht verhindert. Und wir sehen hier weiter in diesem Artikel von Europäischer Sicherheit und Technik, am 24. Juli 2020 erhielt die 25. Infanteriebrigade MH25, Klauka Gjörgy, Löwe Sandar in Tata, 75 Kilometer westlich von Budapest, die ersten vier von zwölf Kampferanzer Leopard 2 A4 HU. So, das sind sozusagen die ersten eben die zwölf, die zu Ausbildungszwecken erworben wurden. Aber wir haben hier einen Artikel, der wesentlich rezenter ist, nämlich von 23.08.2023 von Ungarn heute. Das ist ein deutschsprachiges, ungarisches Portal, sehr nah an der Regierung sozusagen. Und da steht, ungarische Soldaten erhalten bald den modernsten Panzer Europas. Nämlich, wir sehen hier, das München-Unternehmen Krauss-Maffei-Wigmann hat den ersten Leopard 2 A7 HU-Panzer der ungarischen Streitkräfte ausgeliefert, der derzeit weltweit der modernste seiner Klasse ist. Es wurde eben eine ungarische Version gemacht. Ein Leser des auf militärtechnisch spezialisierten Portal lhsn.hu hat dann den Blick auf das Fahrzeug erhascht, berichtet Magyar Nemzet. Auch ein Medium, das sehr national ist. Magyar, klar, ungarisch und Nemzet bedeutet national. Das Kampffahrzeug befindet sich noch an einem Militärhänger, an einem Hänger, Entschuldigung, und soll in den nächsten Tagen ausgeliefert werden. Und hier weiter, die an die ungarischen Bedürfnisse angepasste Version des Leopard 2 A7 von Typ HU ist die modernste in Serie gefertigte Panzer Europas. Ist der modernste in Serie gefertigte Panzer Europas. In den kommenden Monaten werden die ungarischen Streitkräfte insgesamt 44 dieser Panzer im Empfang nehmen. Nach Informationen von lhsn.hu wird das neu eingetroffene Exemplar nach der Auftragsübernahme durch die ungarische Seite an den Hersteller zurückgeschickt, um als Referenz für die Serienproduktion zu dienen. Und hier noch ein paar technische Details. Die neuesten Mitglieder der Leopard 2 Panzerfamilie sind die ungarischen H7.hu Panzer. Verschiedene technische Berichte usw. zufolge haben diese Waffen, also diese Panzer folgendes. Eine verstärkte Boden-, Front- und Dachpanzerung. Dann sind sie resistent gegen improvisierte Sprengsätze und Panzerabwehrminen. Die zusätzliche Ersatzpanzerung kann vor dem Einsatz angebracht werden. Das Fahrzeug ist mit einem Schutz gegen brennbare Flüssigkeiten, Molotow-Cocktails, Napalm etc. und einem verbesserten automatischen Feuerlöschensystem ausgestattet. Einigen Fachberichten zufolge kommt die Ausrüstung der ungarischen Armee. Den von der katalischen Armee bestellten Top-Panzer am nächsten. Also wir sehen hier, dass Deutschland nagelneue Panzer von einem nagelneuen Typ von Leopard 2 liefert. Also nicht jene, die an die Ukraine eventuell nach einer Generalüberhung geliefert worden sind, sondern diese Fahrzeuge sind neu. Betriebsstunden null. Also bei den Panzern geht es nach Betriebsstunden und hinter Kilometern. Wenn es normale Fahrzeuge, Pkw usw. wären, würde man sagen, nagelneuen null Kilometer. Ja, in diesem Fall nur Betriebsstunden. Und wie wir hier sehen an der Rhetorik, ja, ist Ungarn sehr stolz darauf, deutsche Militärfahrzeuge erworben zu haben. Aber dabei bleibt es nicht. Ich hatte auch in einem anderen Video darüber berichtet, dass der Mitbewerber von Krauss-Maffei Wegmann, die Firma Rheinmetall, eine neue Fabrik, ein neues Produktionszentrum in Ungarn bauen wollte für den Schützenpanzer Lynx, der eigentlich Lux heißen sollte, aber wird so benannt, auf Englisch Lynx, weil das ein Exporterzeugnis ist. Und der Lynx, der neue Schützenpanzer vor Rheinmetall, wird in Ungarn gebaut. Und das ist die gleiche Firma, die eventuell auch ihren neuen Main-Battle-Tank, also den Kampfpanzer Kf-51 Panther, in der Ukraine bauen möchte. Und wenn es nicht möglich ist, auch in Ungarn. Und hier sehen wir den Chef von Rheinmetall zusammen mit Viktor Orban bei der feierlichen Eröffnung dieses Werks. Und hier steht weiter auf Ungarn heute, die Regierungsentscheidungen, deren Ergebnisse wir jetzt sehen, wurden gut zwei Jahre vor dem Krieg getroffen, erklärte Viktor Orban, also bei der Einweihung des Werks. Und dann sagt Rheinmetall-Chef Armin Papaberger, dass ein Weltrekord aufgestellt worden sei, da noch nie ein Rheinmetallwerk in so kurzer Zeit gebaut worden sei. Er sagte, Ungarn sei ein Teil der europäischen Luftverteidigungsinitiative und verfüge über die Fähigkeit und Kapazität, Luftverteidigungswaffen und Munition hier zu produzieren. Also es geht nicht nur um den Schützenpanzer. Und weiter sagt der Rheinmetall-Chef, wir sind bereit, dass Ungarn ein wichtiger Akteur in der europäischen Verteidigungsindustrie wird. So, und wir haben vorher gesehen, hier haben wir den Rheinmetall-Chef zusammen mit Viktor Orban. Also ich würde einfach sagen, das Ganze ist sehr offiziell. Zusammenfassung. Ungarn kauft Deutsche keine russischen Waffen. Ungarn baut Deutsche keine russischen Waffen. Es ist alles NATO-Waffenschmiede und Ungarn ist Teil der europäischen Luftverteidigungsinitiative. So, ja, das sind die Fakten. Denn so ist es doch nicht anders. Und ich bin jetzt gespannt, was mancher Kollege der alternativen Medienlandschaft dazu sagt. Also es geht jetzt nicht um Diskussion. Es geht einfach darum, dass ein Staat, in diesem Fall ausgerechnet Ungarn, so eine Entscheidung trifft. Und es gibt keine dritte Möglichkeit. Es gibt nur entweder oder. Entweder erwirbt man schwere Waffen, in diesem Fall von der westlichen, von der NATO-Waffenschmiede, oder von der russisch- bzw. chinesischen. Und ich würde einfach sagen, die Fakten, die ich euch gezeigt habe, sprechen eine eindeutige Sprache. In diesem Sinne, liebe Freunde, liebe Zuschauer, vielen herzlichen Dank für Zuschauen. Bitte abonniert meinen Kanal und vergesst die Glocke nicht, so verpasst ihr kein einziges Video mehr. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Servus. Bis zum nächsten Mal.